Die Low-Carb-Ernährung ist nicht schlecht, aber unser Körper hat im Laufe der Evolution über Millionen von Jahren verschiedene Perioden durchlebt. Der Körper hat sich angepasst an verschiedene Bedingungen. Das ist der Grund, wieso wir nicht wie Kühe oder Hirsche Gras fressen müssen. Grundsätzlich kommen wir den Schweinen sehr, sehr nahe, denn diese sind ebenfalls Allesfresser. Das eine oder andere können wir besser verdauen. Hirsche würden sicher kein Fleisch verdauen können oder Kühe, sondern gegebenenfalls daran sterben. Auch durch eine Ernährung wird unsere Darmleistung ausgebaut. Zum Beispiel essen wir pflanzlich, geht das mit einer höheren Alpha- und Beta-Diversität der Darmbakterien einher. Als wenn wir nur Fleisch essen würden, da unsere Darmbakterien Ballaststoffe brauchen, um zu wachsen und diese sind amodant in Pflanzen zu finden. Auch gibt es die Ketogen-Ernährung, die Low-Carb-Ernährung mit wenig bis keinen Kohlenhydratten und die mit vielen Kohlenhydratten. Diese beiden Lager streiten sich bis heute, welche die bessere Ernährung ist. Ich zeige euch heute, was die aktuellste und meist aussagendste wissenschaftliche Publikation dazu sagt, meines Erachtens. Es wird spannend und kommt anders, als du denkst und als ich auch dachte. Doch zuerst möchte ich noch ganz kurz meine Meinung kundgeben. Ich habe bereits alle Ernährungsformen praktiziert und muss sagen, die Lebensmittel mit Kohlenhydratten möchte ich einfach nicht missen, wie bestimmtes Obst, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Buchweizen und so weiter. Unabhängig davon ist für mich klar, dass eine Ernährung, die keine Kohlenhydrate beinhaltet, für mich problematisch ist. Denn der Körper muss aufwendig Glucose herstellen. Ketone sind völlig unbrauchbar, zum Beispiel für 99% unserer Blutzellen. Denn diese können nur, ich wiederhole, 99% unserer Blutzellen können nur Glucose nutzen zur Energiegewinnung. Kein Fett oder Keton oder sonst was. Es handelt sich um die wichtigsten Zellen im menschlichen Körper, die Erythrozyten, die sauerstofftransportierenden Zellen, auch die roten Blutkörperchen. Das ist ein Fakt, das wird hier auch gut dargestellt in der Publikation. Da rote Blutkörperchen keine Mitochondrien haben, also Kraftwerke, und daher immer anaerob, also ohne Sauerstoffenergiegewinnung, in der Glucose betreiben. Auch der Blutzucker ist immer zwischen 70 und 120 Deziliter, obwohl teilweise 0 Gramm Zucker zugeführt wird. Wie kann das sein? Klar, der Körper muss es aufwendig selbst herstellen. Und das ist für mich klar, das kann von Natur so nicht gewollt sein. Aber auch da gibt es andere Meinungen, die ich auch durchaus respektiere. Kein Problem, ich gebe meine ja auch. Kommen wir zu den Studien. Bevor es losgeht, wenn dir der Content bis hierhin gefällt, lass mir sehr gerne deine positive Bewertung da für meine Arbeit. Dankeschön. Alles begann 2013 mit einer groß angelegten Meta-Analyse zum Thema Low Carb. In dieser Studie wurden 17 Beobachtungsstudien zusammengefasst, die insgesamt knapp 272.000 Menschen fasste. Die Ergebnisse seht ihr hier visuell. Es kam zu einem erhöhten Sterberisiko in der Low Carb Gruppe. Die Konklusion lautet, kohlenhydratarme Diäten wurden mit einem signifikanten höheren Risiko für die Gesamtmortalität in Verbindung gebracht und waren nicht signifikant mit einem Risiko für die kardiovaskuläre Mortalität und Inzidenz verbunden. Diese Analyse basiert jedoch auf begrenzten Beobachtungsstudien und es werden groß angelegte Studien zu den komplexen Wechselwirkungen zwischen kohlenhydratarmen Diäten bzw. Ernährungsformen und langfristigen Ergebnissen benötigt. Bisher nicht wirklich eindeutig. Jetzt kommt das große Problem. Wenn Ernährungsformen miteinander verglichen werden und das objektiv geschehen soll, Beispiel bei einem Nahrungsergänzungsmittel, kann man dies recht gut machen. Und das gilt auch als Goldstandard dementsprechend halt. Man nimmt zwei Gruppen. Die eine bekommt die Kapsel mit dem Supplement. Die andere Gruppe bekommt ein Placebo nur mit Füllstoff. Und am besten beide Gruppen wissen nicht, ob sie das Placebo oder das Supplement bekommen. Das ist dann eine doppelblinde Studie, da beide Gruppen nicht wissen, was sie bekamen. Und am besten noch randomisierte Studie, da die Gruppenmitglieder dann dementsprechend noch zufällig ausgesucht wurden und in Gruppen eingeteilt wurden. Am besten natürlich auch, dass die Teilnehmer gut miteinander vergleichbar sind. Das heißt, BMI muss ungefähr vergleichbar sein, nicht statistisch signifikant abweicht. Man kann bei einer Ernährung aber keine blinde Variabel einführen, da die Menschen sonst mit verschlossenen Augen und ohne Geschmackssinn über viele Jahre essen müssten, was sicher nicht mit der Ethikkommission zu vereinbaren wäre. Daher braucht man etwas Besseres als Beobachtungsstudien. Und das sind Dosiswirkungsrelationsstudien. Was heißt das? Das bedeutet, Teilnehmer werden in Gruppen aufgeteilt, je nachdem, wie stark sie den zu untersuchenden Trend ausleben. Zum Beispiel bei Rauchern. Da gibt es auch keine Blindvariante, ja. Sondern da wird getrennt, erste Gruppe 0 bis 5 Zigaretten, zweite 5 bis 10, dritte 10 bis 20. Und dementsprechend werden die Gruppen dann verglichen, wie hoch dann Lungenkrebs auftrat in 30 Jahren und so weiter. Beispiel in dieser Studie. Fünf Gruppen, ja. Gruppe 5 ist am wenigsten Kohlendrate, Gruppe 1 am meisten. Und zeichnet sich dann der Trend dementsprechend ab, ja. Dass die Sterblichkeit immer weiter steigt von Gruppe 1 zu Gruppe 5. kann man mit ziemlich kausaler Wahrscheinlichkeit sagen, dass es genau an dieser Ernährung, an dem Trend liegt. Dann gab es diese Studie, Nurses Health Study, ja, Studie und die Professional Follower Up-Studie vom Oktober 2022. Nicht so lange her, mit über 203.000 Probanden über vier Jahre, die kein Diabetes, kein Krebs, keine vaskulären Erkrankungen hatten. Dies sind die Daten von vor 30 Jahren. Und diese Menschen wurden dann 30 Jahre begleitet in der Studie. Alle Jahre wurden diese dann genau interviewt und in Gruppen eingeteilt. Also die Menschen, die am wenigsten Kohlendrate aßen, in die erste Gruppe, die dann dementsprechend mit mehr Gemüse, Low Carb, aber trotzdem aßen, ja. Und dementsprechend in die zweite Gruppe und in die fünfte Gruppe dementsprechend dann, ne. Die einfach gesund aßen halt, aber auch Low Carb, ne. Und dann immer noch untereinander eingeteilt, wie stark sie diese Low Carb Ernährung machten halt. Von Q1 bis Q5 halt. Ja, zum Beispiel Q5 war hier in dieser Studie diesmal die, die am meisten sich an diese Low Carb Variante gehalten haben, ja. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sie betrachten über 5 Millionen Personenjahre, die sich aus 30 Jahren und 203.000 Probanden ergaben, ja. In diesen ergaben sich knapp 20.000 Fälle von Diabetes und sie wollten wissen, welche Menschengruppen entwickelten denn Diabetes in dieser Low Carb Variante. Dann gab es noch eine Konstante, ja, in den Ergebnissen, die reingerechnet wurde mit BMI, Rauchen, Diabetes, Altersport, Supplements und so weiter, um die Ergebnisse weiter anzugleichen. Doch jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an. In der ersten Spalte sehen wir den allgemeinen Low Carb Trend in der Ernährung der Menschen bezogen auf das Risiko, in 30 Jahren mit dieser Erkrankung, mit dieser Ernährung quasi Diabetes zu bekommen. Wieso ist das so fatal? Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, waren und werden auch immer sein, ja Todesursache weltweit und in Deutschland auch Nummer 1. Wir sehen, dass Diabetes das Risiko, ja, wie nichts anderes erhöht, an einer koronaren Herzerkrankung zu erkranken, selbst Rauchen, Cholesterin und so weiter, kann da nicht mithalten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Man sieht hier eindrücklich, dass die Teilnehmer in 5 Gruppen eingeteilt wurden. Die Gruppe 5 praktizierte die Low Carb Ernährung am vehementesten und damit am konstantesten. Wir sehen, von der Gruppe 1 bis Gruppe 5 steigt das Risiko, den Diabetes zu manifestieren, in den 30 Jahren immer weiter an, bis er letztlich bei 28 Prozent ist. Das bedeutet, mehr als jeder Vierte bekommt Diabetes in den nächsten 30 Jahren in dieser Low Carb Ernährung, Q5, die die Low Carb Ernährung quasi am konstantesten durchführte. Ja, wir sehen, von der Gruppe Q1 bis Q5 steigt das Risiko, den Diabetes zu manifestieren, in den 30 Jahren immer weiter an. So, jetzt kann man sagen, da gibt es aber doch viele Unterschiede, wie man diese Ernährung praktiziert und das ist goldrichtig. Die nächste Gruppe ist jene, die tierische Produkte in den Vordergrund stellte, in ihrer Low Carb Ernährung. Man sieht hier einen noch schlimmeren Trend, dass in der Q5-Gruppe, das heißt, die das am vehementesten praktizierte, diese Ernährung quasi am konstantesten durchgeführt wurde. So kann man das einfach sagen, ja. Sogar um 35 Prozent ein höheres Risiko hatte, nach 30 Jahren Diabetes zu bekommen. Das sehr Interessante kommt jetzt, herzlichen Glückwunsch, dass du bis dahin drangeblieben bist, In der Low Carb Gruppe, die aus viel Gemüse bestand, diese senkte aber ihr Risiko, innerhalb von 30 Jahren an Diabetes zu erkranken, obwohl sie auch Low Carb praktizierte. Aber mit viel Gemüse. Die nächste Gruppe aß auch viel Tierisches, aber auch noch ungesund dazu. Das heißt, raffinierten Zucker gab es auch noch ab und zu statt Vollkorn und so weiter. Und diese Gruppe schnitt sogar noch schlechter ab mit 39 Prozent höheres Risiko, Diabetes zu bekommen nach 30 Jahren mit dieser Ernährungsform. Dann gab es zum Schluss noch eine Gruppe, die gesund aß. Und diese senkte ihr Risiko um 15 Prozent, trotz Low Carb. Daher kann man als Fazit klar sagen, dass eine Low Carb Ernährung per se nicht schlecht ist und damit keine Ernährungsform, sondern es kommt viel mehr darauf an, wie man diese Ernährung gestaltet, mit Pflanzen, gesund oder ganz ohne ungesund. Hier nochmal schön visuell dargeboten, wie weit gesund und ungesund in der gleichen Ernährungsform auseinanderklafft. Dies kann ich noch untermauern mit folgender Studie, die dieses Jahr erschienen ist, zu Diabetes und Sterblichkeit bezogen auf Low Carb Ernährung mit 10.000 Probanden. Auch gibt es die gleichen Gruppen wieder, Low Carb mit tierischem, mit Gemüse und gesund und ungesund. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Nochmal geht es hier nicht darum, Diabetes zu bekommen, wie in der letzten durch Low Carb, sondern jetzt 10.000 haben schon Diabetes und es geht darum, wie schnell diese dadurch sterben und welche Auswirkungen die Ernährung dabei hat. Wir sehen jetzt das Low Carb unter 1 und damit das Risiko senkte um 13%. Kurz zur Erklärung, 1 ist keine Auswirkungen. Alles über 1 steigt das Risiko, alles unter 1 senkt das Risiko. Auch eine tierische Low Carb Ernährung senkte das Risiko, zu sterben hier mit dem Diabetes, um 5%. Das heißt um 5 Punkte, 0,95. Daher kann man per se nicht sagen, dass eine tierische Ernährung und das Low Carb nicht auch wirksam sein kann bei der einen oder anderen Erkrankung. Aber man sieht, dass die Low Carb Ernährung, die viel Gemüse beinhaltet, das Sterberisiko um 24% senkte und die gesund Low Carb Ernährung, nämlich mit Vollkorn und so weiter, ebenfalls um 22% senkte, statt nur um 13% oder 5%. Und die ungesunde Low Carb Ernährung mit raffinierten Zucker veranlasste das Sterberisiko, sich sogar um 2% zu erhöhen. Daher Fazit, bleibt gleich. In einer Ernährungsform kommt es immer auf die Auswahl der Lebensmittel an. Jetzt kann man sagen, ja gut, Low Carb hilft gegen Diabetes, also sollte man dies tun bei Diabetes. Nein, das ist ebenfalls falsch. Denn wie ich sagte, kommt es auf die Lebensmittel an. Schaut man sich in dieser Studie hier an, zum Beispiel mit 512.000 Probanden und dem Früchtekonsum jener, dann sieht man links, dass je höher der Fruchtkonsum, desto niedriger der Diabetes und dementsprechend auch später auch die Sterblichkeit sehen wir hier. Das korreliert quasi antiproportional negativ halt. Mehr Früchte, weniger Diabetes, 512.000 Probanden. Würde man dies aber mit Fruchtsäften machen, würde das Risiko hier steigen, Diabetes zu bekommen, da diese keine Ballaststoffe mehr. Ganze unverarbeitete Lebensmittel ist das wichtigste Stichwort. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.